Wir suchen einen Rapper, genau, für die Band Pharao und schreibt mir, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, aber nicht nur ich suche hier auf meinem Kanal für die liebe Kyra einen Rapper, sondern sie hat euch das selber auch noch zu sagen. Also, wir eröffnen ein Casting, wir suchen dich, wenn du Bock hast, zu rappen, auf der Bühne zu stehen, einfach Spaß zu haben und die Menschen zu unterhalten. Also, her mit euren Bewerbungen. Hallo Dani, geschätzte Kollegin, ich brauche deine Hilfe, bitte hilf mir. Ich kann im Moment nicht auf Tour gehen, weil mir ein Bühnenpartner fehlt. Ich bin auf der Suche nach einem Rapper. Kannst du mir helfen? Danke. Vielen Dank.